Willkommen zu meinem Song. Ich habe ein gelbes Auto und ein gelbes Fahrrad, eine gelbe Tasche und einen gelben Mantel. Ich arbeite bei der Post. Jeden Tag. So war sonntags. Montags sind es jetzt Mittwoch. Montags, Freitags, Samstags. Dann gehe ich an die Tür. Bling, bling, bling. Hier, Post für Sie. Eine Unterschrift bitte. Dankeschön. Bis morgen. Ich arbeite bei der Post. Ich habe ein gelbes Auto. Ich habe ein gelbes Fahrrad und eine gelbe Tasche. Ich arbeite bei der Post. Guten Tag. Hier ein Paket für Sie. Dankeschön. Bis bald. Heute. Ich arbeite bei der Post. Sogar bei Regen. Und bei Schnee. Die Sonne schallt. Die Autos fahren. Ich gehe vorbei. Und klingel dort. Guten Tag. Mir. Ihr Gehalt. Bitte. Danke. Danke. Alter, da geht noch was. Ich arbeite bei der Post. Und habe ein gelbes Auto. Meine Briefe sind super schnell. Schicken Sie sie einfach nur los. Und ich bringe sie vorbei. Zuverlässig und günstig. Mit meinem gelben Fahrrad. Ich arbeite bei der Post. Der Himmel ist dran. Der Himmel ist dran. Der Himmel ist dran. Der Himmel ist dran. Er hat kein Benzin mehr im Tank. Im Tank. Benzin mehr im Tank. Das ist auch besser so. Wenn er fährt ein Diesel... Auto. Diesel, Auto. Besser so. Diesel, Auto. Besser so. Diesel, Auto. So. Diesel, Auto. Diesel, Auto. Ein Zylinder. Zylinder. Aus dem Hut. Nee, aus dem Auto heraus. Aus dem Auto heraus. Aus dem Auto heraus. Tillmann ist krank. Tillmann ist krank. Ja! Tillmann ist krank. Tillmann ist krank. Ich spiele den Funk. Tillmann? Den Funk. Tillmann ist krank. Tillmann ist krank. Tillmann ist krank. Okay, jetzt kommt der nächste Song. Die Nölle hat nur einen Turnschuh. Okay. Hä? Was ist das? Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Ist es der Johannes mit dem grauen Haar? Mit der Narbe von einem Krokodilkampf? Ist das Johannes von der Date Night mit Laurens in oder in Laurens? Oder mit beiden? Hä? Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Mit dem grauen? Die Höhlen am Sunset Spot? Krokodilfeiert? Was ist das? In Italien? Was trinkst du nicht? Die Nölle hat nur einen Turnschuh und er trägt sie für ungewöhnlich an der linken Hand. Der Tillmann ist krank. Die Nölle hat nur einen Turnschuh und er trägt sie für ungewöhnlich an der linken Hand. Der Tillmann ist krank. Nächster Song? Äh, wir müssen uns beeilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mach mal die Augen zu, stell dir das jetzt mal vor Du bist gerade in eine Straßenbahn eingestiegen Und es ist ein Schneechaos Und die Leute Versagen schon an Panik zu machen Aber zum Glück hast du Brot für alle dabei Und dann musst du die Leute beruhigen Und durch die Bahn gehen Und den Leuten auf jeden Fall sagen Es gibt auf jeden Fall Brot Das gibt auf jeden Fall Brot Brot Keine Panik Wir haben Brot Brot, Brot, Brot Wer will ein Stück haben? Von diesem längeren Brot Wir haben auf jeden Fall Brot Es ist noch warm Ich nehm sie In den Arm Sie nähen das Brot Leckeres gelse Brot Bin den Там Das ist noch ein Stück Das ist noch ein Stück Müssten wir uns nicht beeilen? Wir müssen uns beeilen. Aber es gibt doch Brot. So viel Brot. Leckeres Brot. Okay, das war schon sehr gut. Wir trauen jetzt mal. Und so, das ist der Sound. Für all die Fickfrösche da draußen. Die noch plattgetreten werden. Das ist der Sound. Vorgetragen. Die jetzt reden wir. Die jetzt reden wir. Musik 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 Okay, 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 jetzt kommt langsam Natur-Solo. Ja, jetzt kommt das Noel-Skid. Oh Noel, du sitzt im Hof und spielst Skat. Oh Noel, und ein weißer Bus steht da draußen geparkt. Oh Noel, du hast deinen wunderschönen senfgelben Schal. Oh Noel, ein Leben ohne dich ist wirklich ne Qual. Oh Noel, ich bin hier gestrandet wie ein Wal. Oh Noel, da läuft eine Katze übers Klavier. Oh Noel, was machen wir zwei denn hier? Oh Noel, du hast keine Ahnung und zockst mit ins Schulter, aber es fühlt sich nicht nach Geduld an. Oh Noel, heute hast du frei und morgen auch. Es ist Zeit, die Wäsche zu waschen. Das denkst du doch auch. Sieh. Pause. Ja. Sieh. Pause vorbei. Oh Noel. Hau in die Tasten, girl. Ich ging des Nachts auf einer Straßenseite, als es plötzlich weißen Regen schneite. Ich dachte, es wären Drogen, doch das war nur gelogen. Es war... Schnee Regen. Und aus. 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 aus. Und aus. aus. Und aus. 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 kein Wind mehr, denn die Zeiten sind vorbei. Wir chillen jetzt mehr und wir gründen eine Partei. Sie heißt Breidenbacher. Nummer 4. Gib uns deine Stimme, denn hier steht das Bier. Musik 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 Mamma Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020